Moto G5, Ryzen 5 ergibt zusammen Windows 10. Willkommen zum GoleMD-Wochenrückblick, mein Name ist Marc Sauter. Microsoft hat diese Woche den Support für das vor einem Jahrzehnt veröffentlichte Windows Vista eingestellt. Besonders beliebt war das Betriebssystem ohne Handy. Obwohl es einen Neuanfang darstellte, der bis heute für Windows 10 und das Creators Update wichtig ist. Windows 10 bekommt mit dem Creators Update bereits seine dritte große Aktualisierung. Das mit der Versionsnummer 1703 gekennzeichnete Update bringt nicht nur Fehlerkorrekturen mit sich, sondern ändert auch einiges in der Systemsteuerung. Wer eine Pro-Lizenz besitzt, der kann sich beispielsweise den Betriebssystem Zweig aussuchen. Vom kreativen Teil profitieren vor allem Stiftbesitzer mit einer neuen Seitenleiste und Paint 3D, das zusätzlich zu Paint installiert wird. Microsoft verteilt das Update zunächst für ausgewählte, recht neue Systeme. Alle anderen müssen die Installation manuell anstoßen. Ein Bündnis aus Organisationen, Verbänden und IT-Rechts-Experten wendet sich gegen das geplante Gesetz zur Löschung von rechtswidrigen Hasskommentaren. In einer Deklaration für die Meinungsfreiheit erläutern sie die katastrophalen Folgen des sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Die Trutzbox des Herstellers Comedio soll die Privatsphäre der Nutzer schützen. Wir finden das Gerät im Test trotz HTTPS Interception gelungen umgesetzt, da die Hardware Spielraum für weitere Experimente des Nutzers lässt. AMD hat in dieser Woche Ryzen-Prozessoren mit 4 und 6 Kernen veröffentlicht. Wir haben zwei davon getestet. Der 1600X nutzt sechs Kerne und taktet diese mit bis zu 4,1 GHz. Der 1500X kann auf vier Kerne zurückgreifen, die mit bis zu 3,9 GHz laufen. Beide Chips unterstützen SMT für zusätzliche Threads. Das hilft den Ryzen-CPUs vor allem in stark parallelisierten Anwendungen. Deshalb überholen sie den Core i5-7600K beispielsweise in Blender deutlich. In Spielen ist der 1500X meist klar langsamer als der Intel-Chip. Der 1600X hingegen kann sich teils gegen den teuren Core i7-7700K behaupten. AMD verkauft den 1600X für 280 Euro und den 1500X für 210 Euro. Beide weisen daher ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Samsung hat den Cinema Screen vorgestellt. Eine Leinwand, die aktiv leuchtet. Sie wird aus mehreren Modulen zusammengesetzt, die einen großen Bildschirm ergeben. Der Cinema Screen unterstützt 4K und HDR und leuchtet mit bis zu 500 Candela pro Quadratmeter. Das Formel 1-Rennteam McLaren Honda will künftig einen 3D-Drucker mit zu den Rennen bringen. Das soll es den Ingenieuren ermöglichen, schnell neue Teile zu entwickeln. Diese könnten gedruckt und sofort am Auto getestet werden. Der 3D-Drucker soll erstmals beim Rennen in Bahrain an diesem Wochenende mit dabei sein. Mit dem Moto G5 und dem Moto G5 Plus kehrt Lenovo zur bewährten Motorola-Tradition zurück, wie unser Test zeigt. Das Moto G5 mit 5 Zoll großem Full-HD-Display liefert für 200 Euro eine Menge. Es hat eine Metallrückseite, eine passable Kamera und liegt gut in der Hand. Das vollwertige Dual-SIM-Smartphone reagiert im Alltagsbetrieb zügig und hat einen wechselbaren Akku. Das Plus-Modell ist besser ausgestattet und kommt mit einem größeren Display, schnelleren Prozessor und einer besseren Kamera. Den Aufpreis von 100 Euro finden wir angesichts dieses Mehrwertes angemessen. Eine Rechnung in Höhe von 8,6 Millionen US-Dollar von Blizzard? Dem deutschen Hersteller Bossland ist das egal. Er zahlt nicht. Die Forderung entstand vor einem Gericht in den USA. Auch das hat Bossland ignoriert. Der Hersteller von Cheat-Programmen ist der Ansicht, dass Gerichte in Europa für ihn zuständig seien. Das erste große Update der PC-Version von Mass Effect Andromeda hat für Cracker eine kleine Überraschung. Die Anti-Tempers-Software Lenovo wurde auf den neuesten Stand gebracht und schützt das Rollenspiel nun wieder. Die veraltete Lenovo-Version der Release-Fassung war nach wenigen Tagen geknackt. Das war's vom GoleMD-Wochenrückblick. Bis zum nächsten Mal.